Kiesel Nord präsentiert den neuen Hitachi Mobilbagger. Der ZX 170 W-5 verfügt über zahlreiche Hydraulik- und Elektronikfunktionen. Damit sollen die Arbeiten auf der Baustelle noch einfacher und schneller vorangehen. Der Hitachi Mobilbagger ZX 170 W-5 ist ausgestattet mit einem Isuzu-Motor mit vier Zylindern und 166 PS. Um Kraftstoff zu sparen, hat unser Hersteller Hitachi die Maschine außerdem mit einer Drehzahlautomatik und einer automatischen Motorabschaltung ausgestattet. Die Maschine hat einen Diesel-Partikelfilter verbaut und entspricht somit der Abgasstufe 3b. Das Hydrauliksystem unseres Mobilbagers ist Hitachi-eigen, nennt sich HIOS 3. Sie ist ausgestattet mit zwei Hydraulik-Hauptpumpen, die jeweils bis zu 200 Liter Öl pro Minute fördern können. Bei der neuen Strich 5er Serie haben wir besonders auf den Komfort des Fahrers geachtet. Die Kabine ist ausgestattet mit Klimaautomatik, einem luftgefederten Sitz, mit dem System Tool Control, mit dem man elf Anbaugeräte einspeichern kann. Außerdem ist die hier ausgestellte Maschine mit einem Breitspur-Unterwagen ausgestattet. Die Achsen stammen von ZF. Wir haben spielfreie Bremsen, eine verstärkte Arbeitsausrüstung und ein extra schweres Gegengewicht. Bauforum 24 TV Construction in Motion Wurzeln 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 Wurzeln